und morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von medical solid 5 natürlich ich hoffe euch geht es allen gut und ich werde hoffen dass ihr auch spaß dabei habe dieses let's play zu gucken natürlich und wir machen natürlich weiter so und fing jetzt erst mal zu mission zunächst noch müssen wir können auch noch nehmen ist so machen wenn ihr wollt aber ich glaube mal wir machen im Leben ist doch doch Mann und in den Missionen damit die Mauerwesen ein bisschen ausbauen können und los geht's ja das kenne ich alle schon nachladen Kameraposition schwere Verletzungen wirklich allein was geht's was so sie haben eine heutige Tagesordnung eine Bildschirmung die sie annehmen können derzeit gegen Mb mit Mb die Mauerwebe ist bald mal ganz kurz Belohnung so gut dann nehmen wir einmal zurück Mission natürlich neben Mission machen wir und dann gehen wir hier hin ja da werden wir hin genau so aber bevor wir jetzt weiter machen Ausrüstung wählen Hauptwaffe da haben wir die hier und wir nehmen natürlich noch die hier mit Nebenwaffe nehmen wir die ja perfekt Unterstützungswaffe nehmen wir mal hier hin also da haben wir das einmal T4 nehmen wir mit und Gegenstände haben wir das, das, das und okay da haben wir eigentlich alles ja Werkzeug haben wir eigentlich alles ausgerüstet ja so Begleiter auswählen den haben wir Horst haben wir normale Ausrüstung gucken wir uns mal an Vorführung ne das sieht scheiß aus dann nehmen wir das hier ja nehmen wir das hier auch ganz komisch aus keine Fahrzeuge okay Charakter auswählen haben wir nehmen wir die hier Kopfbedeckung haben wir leider nichts so dann würden wir sagen es geht los wir werden auch wieder ein paar Leute mitnehmen natürlich damit wir genug Leute haben wenn also und diesmal machen wir das ein bisschen ordentlicher und präziser nicht so wie letztes mal dass wir total lange brauchen und dann noch so ein Blödsinn passiert wie zum Beispiel dass unser der Typ uns stirbt äh ein bisschen scheiße aber das kriegen wir hin oder so los geht's 1935 das ist okay 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 Ah. Dann schauen wir mal. Ist hier keiner? Ist gar keiner. Habe ich mir richtig, ja? Na da, Geschützstellung, ja, die können wir ja auch mitnehmen. Okay. Zwei Leute? Ja, so gut sind die auch nicht. Aber wir müssen unser Bestes draus machen. So, ich habe vergessen. Na ja. Oh ja, wir werden durchgucken. Nein, hier ist nichts. Aber ich finde das so ziemlich dicht. Das ist Terragon. Ich weiß etwas über die Schmerzen. Nachdem du ein Schmerzen oder ein Schmerzen hast, versuchen sie zu hinterlegieren. Das ist ein Schmerzen. Talk. Where are your friends? Sweetie. Where are your friends? Where are your friends? So. I'm sorry boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. Ich will den Mörser haben. Der vorne ist. Scheiße, vorbeigelaufen. I don't know your friends, you're up. Listen to me. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Problem mit der Elektroenergie. Wir sind in der Suche. Wir müssen die Füße aufpassen. Wir müssen die Füße aufpassen. KPM-V3-1. Auf der Schläge ist es nicht. Wir haben eine Füße. Oh, 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 oh. Oh, das ist so kacke. Ich will aufs Dach rauf. Das Wormwood, also known as Absinthium. Das ist verwendet für deine Phantom Cigars. Das kann ich nicht mitnehmen. Meine Nacht ist ganz schön laut schon wieder. Aber naja. So. Wie gesagt, ich sammle das ein, was wir kriegen. Aber ich werde jetzt hier nicht extra dahin laufen, um das unbedingt zu kriegen. Wisst ihr? Also, wir machen das auf professionelle Art und Weise hier alles. So gut professionell, wie es halt so möglich ist, natürlich. Da habe ich die Leute sowieso ausschalten müssen. Und wir werden auch wieder inhibieren müssen. Über die Doktor haben wir alle 기 Momo estruten. Was jeden für uns alle, alles expressive sind. Ich glaube dein Problem. Wie geht es so? Wie geht es so? wir müssen mal hier ganz kurz gucken wo bin ich jetzt jetzt hier müsse wer muss bereits erhalten einfaches metall bereits erhalten ach so das habe ich ja schon eingesammelt fahrzeug geschützt stellung das ist alles so ein ding ne ich glaube das ding müsste hier irgendwo ein gebäude sein da drinnen behaupte ich jetzt einfach mal So Mann, alter. Geht da auch. Kontrollgang. So, ich dachte, da liegt da noch was. War auch Fehlanzeige. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Äh, ha. Naja. Ich glaube mal, wir waren zu freudig. Wir müssen eigentlich ein paar ausfragen. Null Uhr jetzt. Ein Auto. Wo bist du da? Ja. Nein. Bist du da? Genau. Nein. Ja, hier. Ich bin da! Ja, hier! Ich bin da! Wir sind in der Falle. Sie sind in der Falle. ich bin mir da ja nicht schade hier muss irgendwo sein er da achten wir können ja gar nicht und da hinten ist unser ding wir müssen jetzt hierbei gucken das hauptgebäude ist jetzt also müsste es ja eigentlich da sein behaupte ich jetzt einfach mal weißt du also es muss da drinnen sein es muss ich muss ja Ich hasse das. Das ist mein Problem, so wartet mal, ähm, hier ist es nicht. Da oben. Das ist mein Problem, so wartet mal. Okay. Okay. So hängen. Okay. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt muss doch hier irgendwo sein, Alter. Ich kann hier ja gerne mal gucken, aber hier war ich schon drin. Da ging es nicht rein. Schön, dass wir die ganze Scheiße hier finden, muss ich ja ehrlich sagen. Aber, ich komme hier nicht weiter. Ey, und die Folge geht jetzt schon übelst lange, nach meinem Verständnis. Und ich habe noch nichts geschafft. Das ist schon wieder so typisch von mir. Hier war ich schon drin. Ich gehe mal hier rein. Wenn ich da schon hier alles finde. Oh, da hat er spürt sich mal wieder Talfehler drin. Ich gehe jetzt mal. sie haben die eroberte stimmte verteidigung die ressourcen eingelagert überschüssige wach zu kaufen zu erhalten ach so ok aber ich komme nicht weiter und ich möchte auch den weiterkommen in den radios muss er sein also wir zurück, wir sind zu weit gelaufen wieder oh man ey es kann auch nicht wahr sein ich kann hier nochmal gerne lang gehen aber das ist was wir brauchen das ist was wir brauchen neue Weapons und Equipment ich würde immer hier hin und das war's für diese folge und in der nächsten folge machen wir noch eine mission würde ich behaupten und dann schauen wir weiter warte mal wie ich bin herausforderungsaufgaben stopp neben ist ja da werden wir hinfahren mit dem auto beim nächsten mal also ich hatte jetzt hinfahren und wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ich hoffe es hat spaß gemacht vergessen die zu leiten zu kommentieren und zu abonnieren ich werde da jetzt schon hinfahren und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und auch wiedersehen ciao 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 ciao